Herzlich willkommen zur CoffeeCup Learning Einheit Individualisierung und Differenzierung mit digitalen Medien. In den nächsten Minuten lernen Sie, was unter Individualisierung und Differenzierung verstanden wird, wie digitale Medien zur Individualisierung des Unterrichts beitragen können, wie Sie diese Differenzierung ermöglichen können, wie dies anhand des SEMRA-Modells ablaufen kann und welche Werkzeuge gezielt eingesetzt werden können. Was versteht man also unter Individualisierung? Lernende sollen je nach ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen eigene, also individuelle Lernprozesse bestreiten können. Auch die Differenzierung geht in eine ähnliche Richtung. Unterschiedlichkeiten innerhalb einer Lerngemeinschaft sollen von der Lernperson erkannt und dementsprechend in der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden. Digitale Medien wie zum Beispiel Smartphones, Tablets, Notebooks und Co. sind mittlerweile aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Diese bieten mit Sicherheit Chancen für den Einzelnen, die im schulischen Alltag genutzt werden können, aber sie bergen auch Risiken, mit denen die Heranwachsenden umzugehen lernen müssen. In Schulen wird nach und nach versucht, den Schülerinnen und Schülern den selbstbestimmten und kritischen, aber zugleich auch produktiven und kreativen Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln. Einerseits steht hier die zu vermittelnde Medienkompetenz im Vordergrund, andererseits soll aber auch das Potenzial digitaler Medien für das fachliche und individualisierte Lernen genutzt werden. Lernprozesse können mit der Unterstützung von Smartphone, Tablet, Notebook oder diverser Applikationen individualisierten Unterricht ermöglichen und das selbstständige Lernen unterstützen. Idealfall wäre wohl ein mit digitalen Medien ergänzter und unterstützter Unterricht, denn lediglich das Einsetzen von digitalen Medien im Unterricht bedeutet noch nicht, dass dieser damit automatisch individualisiert oder differenziert ist. Das SAMRA-Modell von Dr. Ruben R. Buendura ist an dieser Stelle ein guter Ansatz. Es zeigt auf, welche Möglichkeiten es für Individualisierung und Differenzierung gibt, wenn Technologie im Unterricht einfließen darf. Um Individualisierung und Differenzierung umsetzen zu können, ist es notwendig, neue Strukturen zu schaffen und den Unterricht anzupassen. Mit Blick auf das SAMRA-Modell würde das bedeuten, dass Unterricht mit Technologien zumindest auf Stufe 3, also Modification und im Idealfall sogar auf Stufe 4, also Redefinition, stattfindet. Beispiele dafür wären der Einsatz digitaler Medien wie E-Portfolios oder Blogs zur Reflexion und Dokumentation von Lernprozessen oder das Hinzuziehen von Expertinnen und Experten via Skype. Durch den Einsatz diverser Kollaborationswerkzeuge, die Sie noch im Laufe dieser Coffee Cup Learning Einheit kennenlernen werden, können auch unterschiedliche soziale Settings im Unterricht bedacht und Teamarbeit gefördert werden. Kommen wir nun zu gezielten Praxisbeispielen für Individualisierung bzw. Differenzierung mit Unterstützung digitaler Medien. Das Internet bietet eine Vielzahl an Tools und Webseiten für den schulischen Einsatz, die zur Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts genutzt werden können. Individualisierungswerkzeuge sind zum Beispiel E-Portfolios oder Blogs. Die Lernenden bestreiten, begleitet durch die Lehrperson, ihre eigenen Lernwege und dokumentieren und reflektieren diese in E-Portfolios. Differenzierung kann durch den Einsatz digitaler Lernmaterialien unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen erfolgen. Ein Beispiel hierfür ist Quizlet. Mit diesem Online-Vokabeltrainer können sogenannte Lernsets auf verschiedenen Levels angelegt und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden. Diese bekommen beim Üben der Lernset sofort Rückmeldungen. Auch Lernpfade mit zunehmendem Komplexitätsgrad sind ein solches Differenzierungswerkzeug. Sie sehen, dass digitale Medien den Unterricht unterschiedlich stark verändern können. Einerseits können sie analoge Medien ersetzen und andererseits den Rahmen des didaktisch-methodischen Pools erweitern. Ziele der individuellen Förderung und Differenzierung können ebenfalls unterstützt werden. Sie wissen nun, was man unter Individualisierung und Differenzierung versteht, welche Chancen digitale Medien für den Unterricht mit sich bringen, wie sie anhand des SAMRA-Modells Individualisierung und Differenzierung ermöglichen können und wie das anhand einiger Beispiele in der Praxis aussehen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten. Herzlichen Dank für's Zuschügel das